Der Luftraum hier oben ist echt sauber. Ja, weil keiner dahin fliegt. Du musstest es ja verschreien, Belge. Du musstest es ja verschreien. Der ist nicht sauber. Der ist dirty. Aber so richtig. Ach, die sind alle bei euch. Das ist natürlich gerade für euch. Ich überlege, ob ich doch eher lieber den Berg runterrenne. Zwei sind hier bei uns direkt, Belge. Ich habe leider den Überblick verloren. Weil ich bin jetzt in der dritten... Ich konnte sowieso nicht mehr rechtzeitig hoch. Sollen wir gleich runterlaufen? Ja, gleich runter zu den Häusern. Da, wo Chris jetzt ist. Ja. Alle runter. So, Olle, ich nehme die Beine in die Hand hier. Mindestens zwei Teams gelandet. Drei hätte ich eher gesagt. Ja. Das waren verdammt viele Fallschirme. Ja, drei mindestens. Bei mir war das... ...Szene. Ja. Persönlich jetzt, ne? Also... Liebe Zuschauer von Melga, herzlich willkommen beim Jogging Simulator 2017. Wir spielen bereits die Release-Version 1.0. Beta. Ne, ist keine Beta mehr. Ja, würde ich schon sagen. Ja, gefühlt ist es nicht meine Alpha. Würde ich schon sagen. Gefühlt ist es das, was du laufen lachst, wenn du die bachst. Übertreiben darfst du nicht. Na, Alpha, da würden die Häuser noch in der Luft schweigen. Da würde durch die Türen durchlaufen. Das Gras-Image würde am Himmel kleben. Und Granaten würden sich wie Flummis verhalten. Ich hatte ja neulich wieder diesen geilen Effekt quasi am Ladebildschirm hängen geblieben. Steigt dann ein ins Spiel. Und das erste, was passiert ist einfach, ich schwebe dann über der Karte in so einem Scherensitz, bin ich über die Karte geschwebt. Das haben den Backarm schon viele gehabt. Oh, das war ein Salveste bei mir, oben drin. Komm jetzt gerade an bei euch. Ich hab ne Sichel. Ich hab ne Schrotze. Ich hab meine Fäuste. Anker? Ja. Mache Strichern. In meiner Faust kann ich nicht mit den Leuten fisten, aber das ist auch okay. Hier ist noch ne Brechstange. Hier ist noch ne Brechstange. Komm zu der Brechstange, ich brauche die. Alter, Chris. Du hast auch Wege. Oh, shit. Ernsthaft? Alter. Das ist so beschissen, wenn du hier drüber schweigst. Ich hab nicht ein bisschen Schaden. Ja. Ich kann gerade durch die Map gucken. Siehst du jemanden? Ne. Ich sag mal, hier. Warte, Berger, hier. Berger. Das war fast, das war fast, die Wand, was, wo, wann. Boah. Guck mal. Also die Runde werden wir nicht überleben. Also Chris, ich weiß ja auch nicht, wie die da beim Darunter-Stylen-Schaden bekommen haben. Also Berger hat Full Life. Ja, ich hab Full Life. Also Bernie, du bist sehr, also das find ich nicht gut. Also, dass du jetzt schon direkt davon ausgehst, dass wir nicht überleben werden. Gefühls-Sache. Du und Gefühle? Ja. Wie? Hast du sowas denn gefunden? Ja, zum Beispiel, wenn es mich drückt, dann geh ich aufs Klo. Da fühl ich, dass es drückt. Wo gibt's sowas denn? Im Sonderngebot? Ne, im Darm. Du wirst mir bloß weh. Also Spitzkopf, deine Zeit läuft ab. Hallo, Andreas. Komm im Chat. Was für eine Zeit. Und was für ein Spitzkopf. Können wir die drei kleinen Hütchen hier auch looten, Triss? Okay, dann nicht. Dann geben wir. Gehen wir die große Bude looten. Nimmst du rechts und links? Geht vor den Puzzlehäusern. Nimmst du von rechts, du von links, okay. Ich kann von links und du von rechts und dann treffen wir uns in der Mitte. Ja, natürlich, du gehst rein und was liegt hier als erstes? Gar nichts. Ach, das Gub. Gar nichts. Oh, nice, aber der AK. Gar nichts ist hier drin. Ach, mein Lieber. Benkeler. Was hast du das gefunden? Ist alles gut. Mein Handy ist der Meinung gewesen, den Ton wieder anzumachen. Hoppala. War das jetzt ein Hoppala? Ich habe aus Versehen geschossen. Hoppala. Das war Hoppala, da war ein Schuss. Hoppala, da hat jemand geballert. Ich habe gerade die Wurz ausgezogen. So, nächste Schrotze. Sehr gut. Sieht wieder an die Ress. Ey, das liegt nicht hinter einem Channel, Alter. Mal wechseln, dass ich mich hier nicht kriege. Ähm. Triss? Was hast du? The smoke and water. Das ist ein Need von 1998. Von wem? Die Purple. Black Eyed Tees. Nein, die Purple. Nein, die Purple Idiot. Hast du mich gerade Vollidiot genannt? Nee, einfach nur Idiot. Nur Idiot. Vollidiot, das ist ja zu viel, glaube ich. Oh, endlich was zum Heilen. Aber wenn du schon abaschst, dann bist du auch richtig, danke. Abasch? Sag mal, Becker. Hier ist einer. Auf die Karte kann man ja einmal einen Patronengurt. Ja. Und einen Wagenpolster nehmen. Hier liegt ein Zweierrucksack. Also entweder oder. Ja, ja. Was ist besser? Äh, viele sagen, der Patronengurt, weil das Wagenpolster nicht so viel bringt, aber... Wer ist da am Tryharden? Einer von uns. Ich habe noch einen Führerskop für jemanden. Danke, ich habe bis jetzt so eine Uzi. Das würde ich nehmen, ich habe eine SKS. Danke, ich habe bis jetzt so eine Uzi. Hat einen Piffpuff. Ja, nee, dann kriegst du die. Ja, perfekt. Wo ist ich beim Runtergehen, Triss? Piffpuff. Und wenn mir irgendwer entgegenkommt, bin ich es sowieso durch. Da kannst du nicht draus, das ist verkittert. Ich wollte es ja wissen. Ja, lass mal hin. Was, ich bin nicht verbittert. Oh, hier ist ein Piffpuff dann. Aber ein großes Piffpuff. Oh, Belger, hier sind Türen auf. Ja, und? Ich heile mich jetzt mal schnell noch fertig. Wenn ich zumindest auf dem Niveau vom Belger wieder bin. Hast du mich jetzt gerade beleidigt, oder? Nee. Dann habe ich es nicht verstanden. Sonst habe ich es da, glaube ich, eher. Lauf mal zu den anderen weiter. Ich bin schon im nächsten Haus. Du bist aber mutig, Triss. Nichts zu verlieren. Ja, genau. Hier ist jemand bei mir. Bin gleich da, bin gleich da. Direkt vor mir im Haus. Im Haus. Oben. Ich habe jetzt einen Acker. 16. Alle. Wartest du auf der Seite? Zwei Leute. Mindestens zwei Leute. Ich bin schon mal verrückt, so heute. Benni, kannst du meinen Rücken ein bisschen decken? Nicht, dass hier die T-Mails noch kommen. Hab's ein Blick, ein bisschen, ja. Ich habe einen Suppressor für die SR. Ja, einer ist ausgenockt. Fuck. Irgendjemand snippt hier, irgendjemand snippt hier. Alter, nun nimm doch endlich diese Scheißwaffe hier. Womit haben die da mit der Kark hier? Da haut irgendwo einer mit der Kark. Wart, ich sehe einer. Hinten. Ach, bei der. Langgraden. Hat jemand noch sieben, oder? Ja, ich, aber ich bin nicht. Ja, meine Leiche hatte genug. Zwischen euch und den Gegner, glaube ich. Ist die Straße lang. Ja. Kommt einer. Ja, hier unten, hier unten. Und der war direkt da unten, hier unten. Oh, die haben ordentlich Sachen. Ja, die haben hier schon fleißig gelootet. Alter, wie viel Muni hat dann der? Ja. Sorry, Bernie, das würde ich nicht retten konnten. Mach's schon. Fertig, Kark. Hauptsache gut gekämpft. Du lootst es den, Berger? Ja, hab's schon fertig. Aber ich habe dich gerecht, Bernie. Der hat mich einfach zu böse gehettert. Der Erste und der Zweiter, ja, der Münder Kark war dann richtig scheiße. So, wer braucht jetzt noch einen Vierer-Sucher, so muss ich den ablegen. Ich habe... Gut, auch noch, ich brauche ihn auch nicht. Von der Mini? Ja, hier liegt eine DP, weil die irgendwer möchte. Hey, was ist eine Double Predator? Nee, die DP 28, die Waffen, da. Ja, die habe ich hier auch, aber. Da würde ich sagen, es ist die... Hier liegen auch noch 207er Moni, also. Hier liegen auch noch 207er Moni, also. Ich habe gerade... Ich habe mal eben 404 Schuss. Ja, ich bin einfach zu voll. Soll ich sie kark, oder? Ich höre, die haben ja diesen neuen Wassersound eingerichtet, bei manchen Häusern. Ich nehme noch 5er. Oh, oh, sorry. Boah, Alter, ich dachte, ich habe immer so... Du bist doch gar nicht, Helga. Du, wie du... Blut ist im Kreis. Danke. wir müssen vom feld kommen leute wollen wir die vom feld holen da oben auf dem hügel von hinten von hinten weiß nicht genau aber sehr nah ja sehr nah direkt hinter der mauer hier müssen wir sind da vorne an der straße von der straße das ist christ das triss kommt da gleich um die ecke auch fack man ja du bist schon da du musst mich hoch holt ist war es nur einer war nur einer war direkt hat nur eingesehen kann mir vorstellen dass er mehr waren weiß aber nicht dankeschön wofür wichtiger als munition dass mir gerade irgendwie hier sachen ich habe schon mal was zu trinken ja ja warte ich schmeiß es woanders hin warte hier ähm feldkiller ist 5 dankeschön oh das reicht hammer so denkt an die leute vom hügel da die kommen gleich warte woanders hat noch einen langen schwarzen ich habe einen griff ja ich habe einen griff magst du mir den droppen ja verwechsel dich hier liegt da an der ecke an der ecke ja ja ich sehe ihn ja aber ja er wollte ihn gerade nicht locken alles gut die vom feld sind nicht mehr da beim hügel wir müssen hochlaufen haben nur noch 10 musstet euch voll oh shit ich habe gar keine weste mehr hier bei mir liegt eine level 1er weste ja ich habe gerade eine kaputte hinter uns kommen die hinter uns genau die haben schon geschossen Leute die sind da kommen da gleich wir müssen weiterlaufen können hier nicht warten bleiben ich weiß nicht was in der mini anders geworden na die schüsse sind viel länger unterwegs ah ok viel viel länger und die ist schwächer ich habe nämlich gerade auf den geschossen das ist langsamer als die karg das ist ein richtiges feldkampf bergkampf so auch ich denke die die oben sind haben jetzt schon einen riesigen vorteil probieren wir hin wir müssen den berg auf jeden fall hoch und achten dass den berg nicht großartig was runter schiegt vielleicht sagen dass wir uns sogar zuerst mal an den strommasten da positionieren irgendwie ja ich glaube ich würde schon ein bisschen weiter laufen echt jetzt hier im wald so ein bisschen positionieren so von oben mit den baumgruben von unten halt ein bisschen aber ich gucke gerade mal so viel ist ja gar nicht abzahen ja jetzt nicht mehr nächste zone direkt hin berni die ist weggegangen wir müssen auf links achten links von uns also die andere ecke der stadt ab triss magst du einmal deine schuhe ausziehen komm du bist du leiser danke dir glaubst du mir vielleicht nicht ist aber wirklich so ja aber ich finde das ohne eine schuhe hört sich mal so komisch an bei den häusern bei den häusern bei einem see da weißt du gerade zwei bei dem süden genau süden ja bei den häusern sind gerade welche rausgelaufen kommen jetzt unsere richtung bei den gelben oder wat da wo ich jetzt stehe aber ja warte einer direkt hinter dem stein ja man einer direkt hinter dem stein ist downberger ja also direkt hinter dem stein ja ja alle tot alle tot die die ich glaube ich auch nicht verpasst oder so hast du was zum healen ja ne ja ich hab genug sachen zum heal mittlerweile kann ich ein paar mehr energy tinks aber ich hab auch genug aber die haben hier alles voll dann ist er gut würd ich auch gerne was nehmen danke ja der hat hier auch noch das ist voll ja hier Richtung Norden Alter die viel Munition die hatten wir haben alles voll hier alles voll ja komm auch mal gleich weiterlaufen über ein chally danke hat der ein chally gehabt und der ist ein chally ja ne äh ja ja komm hier wir müssen die müssen er hat noch ja sofort kommt der echt lang hm muss ich kurz ein energy rein mhm Apple drop so du hast ja recht hm 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 Bis zum nächsten Mal. bis 20 ja man muss hier aber auch eine Seite decken ich poste direkt auf diese kleine Garage zu ja ich auch ja ich auch wenn ich mich sehe äh komm bei 350 ich sehe ich in Richtung rechts oh und von hinten kommen auf jeden Fall eine Person ganz von hinten so von der anderen Baumseite ja ja genau sorry also ganz von vorne so wir müssen ich save rechte Seite ey warte mal ist da jemand hier wird bestimmt alles sein äh nordwesten an dem Stein das sah irgendwie nur so aus das sah vielleicht auch einfach nur so aus das sind ein paar Bücher ich beobachte hier ja halte die Granaten bei mir ja ziele rechtes Fenster oben ich links drei, zwei warte 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 ich hab die Fenster nur zerschossen deswegen solltest du da rein zielen ausfass mich ausgleich ausgleich ich finde das eben nicht mehr haben so komm hier Michelle oh verdammt 5 gegner zwei teams wahrscheinlich müssen herkommen pass auf links sehe ich kein rechts rechts ein auf jeden fall jetzt kommt nein also sie kommen noch nicht aber weil ich weiter links bleiben ja ja bleib mal da so ich gucke hier in der mitte ob hier in der bauen wir müssen dann auch gleich nach rechts ne wir müssen dahin wo du bist weiß ich nicht ob ich schon drin bin da bist du oh ihr seid ja gut dabei jetzt ganz ruhig bitte hinten an dem gelben haus an der ecke läuft jetzt richtung zu uns hin ja sie kannst können wir nicht sehen ist die mauer zwischen er ist jetzt beim gelben haus ich habe drei ausgenockt einer ist da noch halter mann kommt eigentlich er ist bei mir hier direkt der tarnnetz direkt bei mir nein das ist ein anderer achso ich weiß ich weiß Nice, nice 4 kills 2 kills 0 kills 6 Oh, wie viel? Also 10 12 12 kills Respekt